Ja, ich bin mal wieder zurück. Ja, guck's schon mal, ne? Nehm ich Gegner. Ja, ne? Ja, wie ist das? Find jemand hier? Ja, da war grad wer, ich weiß. Aber sonst... Da war ich erst mal zurück. Achso, warte mal, 200 Meter, da ist noch irgendwas mit drin. Achso, halt, kurz aussteigen. Ja, ich bin sehr, da wird auch wieder, ich bin sehr. Ja, leg doch weg, steig ein. Danke. Mir ist der hagelig. Den müssen wir doch mal machen mit der Kirche. Ah, ist okay. Und das Mordes und des Verrats für schuldig befunden. Seht euch an, wie ich Gerechtigkeit walten lasse. Aber das ist besser auch Platz für unser glorreiches Militär. Achtung, fahre, Yarana, hier spricht General Verschaikas Dino. Mit Freude teile ich euch mit, dass ich einige falsche Yarana Terroristen festnehmen konnte, die des Mordes und des Hochverrats schuldig sind. Heute werden sie für ihre Verbrechen auf dem Plaza de Vevera gelegt. Sieht zu, wie ich Yarana von diesem Abschaum reinige. Das sehe ich ein bisschen anders. Bin ich gespannt. Wir müssen jetzt umlegen. Wir sind auf Position. Okay, Hilfe. Bin da. Lass den Motor laufen. Zu Ende. Ah! Hab Jose im Visier. Nicht feuern, bis ich es sage. Yarana! Ihr ehrt mich heute mit eurer Anwesenheit. So wie ich euch mit der meine. Dies sind die falschen Yarana und sie haben keinen Platz hier in unserem Paralys. Als Strafe für ihre Verbrechen. Werden sie aufgehängt am Lauf von Jaras Militärmacht. Wie ich jetzt war, was das zu spät? Begin bevor Carlos! 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 Was helping ihn? Was he macht? Was he macht? Was he macht? Was he macht? Whoa! Was he macht? Was he macht? Was he macht? Das war so nicht geplant. Mann, wer hat die Gnade da bitte hin drauf? Dass sie so eine harte Ladehemmung hat, scheiße. Ja, wie kann ich vor sein, dass das Gesicht so eine wegsträngig ist? Oh oh, ich will jetzt rennen. Ja, ich will das Mikrofon weg, okay. Oh man, da ist schon mal alles schief gegangen. Es solltet euch mal über eure Waffe kümmern. Jandro wird hier sterben. Wir müssen los. Esbada! Ich nehme ihn. Du deckst mich. Verstanden? Okay. Wir haben halt Stress in der erste Folge. Dani, wir müssen ihn verdammt nochmal hier rausbringen. Ich nehme ihn. Da kommen immer mehr. Hier wollen wir doch hier sein. Komm her. Ich rufe ihn an. Philly, wo bist du? Ich komm nicht rein. Hier geht's heiß. Ich rufe es an der Reihe an des Teufels. Wir haben Alejandro. Er ist schwer verlässt. Okay, okay. Wir helfen uns an. Verstanden. Nein, nein, nein. Komm. Ich nehme nur noch das kurz mit. Danke. Und der ist hier. Und der ist hier. Und der ist hier. Waren wir doom. Ich rufe ihn an. Nein, nein, nein. Und der ist hier. DieGI Schвоinstattung haben wir ihn zum Treffen. Und die Stärken ist. Und der ist hier. Und der ist hier. Oh, hat die noch Blut? Ja. Kann ich da kurz die... Krieg, komm ich da ran? Nice. Der Körner. Wo? Kamila. Rauswärmung! 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 Renn mir ein, der Lautneif! Die stört! Passt da! Komm schon, wir schaffen das! Quapo? Quapo kommt. Der wohnt schon lang. Halt, ich wollte jetzt noch kurz, dann muss ich mal hier sein. Schieß in der Kopf! Schieß in der Kopf! Warte, wir müssen rausgehen. Ja, dann soll sie doch! Ja, lauf! Die läuft nicht. Ich fahr die ganze Zeit, du wirst auf die blöde Kuh. Halt, da war noch was, ich wollte es mitnehmen, Mann. Los, da los, da los! Hör ein, los! Jetzt aber schnell raus hier! Komm, mach hin, schnell! Hauen wir ab, Heldin! Los, Fili, los! Die Knarre hab ich aber nicht. Nalle, Fili, schneller! Passt uns so schnell, ich kann mit dieser Scheißkiste! Ich seh sie! Jawohl, ich seh sie nicht. Was ist das hier? Was Carlos?! Er hat's nicht geschafft! Papá! Pinta! Pinta! Ah! Dier! Dier! Ah! Paff! Ah! Ah! Ja, die Treffer halt immer, weißt du? Es ist zum Kotze klar auf die Rage, Alter. It's fucked you. Den lässt er verlieren, ja, warte mal, können wir den reparieren? Halt. Also, geht er noch. So, erledigt. So, erledigt. Eieiei. Haben wir's jetzt mal. Schlimm. Hilfe ist unterwegs. Ich finde es auch schön, dass wir da in Kommission haben. Ihr macht alles gut. Da ist ein Helikopter, du willst einen Arsch. Hab den. Was zum Teufel war los, Dani? Du solltest uns Deckung geben. Das Gewehr hat geklemmt. Miguel hat mir eine defekte Waffe gegeben. Verdammt. Ich wusste, dass man diesem Stück Scheiße nicht trauen kann. Die wussten, dass wir kommen. Das ganze Ding war eine Falle. Binga. Dem geht's gut. Ach so, ich dachte da drüber, jetzt geht's los. Guck mal, voll die Wand. Müssen wir uns durchballern. Bleib bei mir, hermanito. Dale! Dale! Lass ihn auf den Tisch. Atme dennoch? Kein Puls mehr. Halt durch, Jandro. Fili! Gib mir eine Minute! Was du auch denkst, Camila, lass es. Wieso war es nicht dein Bruder? Wir wissen, dass er ein Scheißverräter ist. Und was ist mit Fili? Der kennt sich mit Sprengstoff aus. Es war da! Dein Papa hast du gerettet, aber an mich hast du nicht gedacht. Mich hast du in dem beschissenen Lager zum Sterben zurückgelassen. Fili, wir verlieren ihn! Du denkst, dein Papa hatte es schwer? Stell dir vor, was Rosé einem Mann antun kann, wenn er die Zeit hat. Zurückhält! Ah ja, mit 12 Volt. Macht man eigentlich nicht bei einem Herzstillstand, sondern bei Kamerflimmern. Das ist egal. Das kann man flimmern, wusste ich gar nicht, aber das hat Herzstillstand. Du bist alle tot, Camila. Castillo hat schon gewonnen. Das sah jetzt komisch aus. Das mit dem Wässer rumwedeln, oder was war bei ihr? Was war das für ein Bug, Alter? Ubisoft? Alles okay bei euch? Spielt ihr das eigentlich auch? Steh ganz ruhig. Ein Löwe kommt zur Ruhe, bevor ihr tötet. Si Papa. Schieß mir, Ero! Ah! Geh, Bien! Okay! Hahaha! Inzwischen weißt du ja von unserem großen Sieg im Westen. Carlos Montero ist tot. Seine Guerrieros sind auf der Flucht. Die Tabakfelder sind sicher. Feuer! Komm in mir, da gib mir das! Das war aber hart verzögert. Bien! Dein Cousin will gelobt werden, Diego. Hätte ich es gewusst, hätte ich ihm gesagt, dass die Wurzeln der Monteros sehr tief in das Land reichen. 200 Jahre tief. Ja, Onkel, ich wollte dich überraschen. Diego, wie viele der Soldaten deines Onkels kommen vom Land? 80 Prozent, Papa. Korrekt. Und jetzt hat er einen Märtyrer gemacht aus dem berühmtesten Montero. Mal sehen, wie viele von seinen Soldaten jetzt noch das Paradies wieder aufbauen wollen. Por favor. Das war Diegos letzter Vogel. Lauf. Was? Lauf. Wendero? Ja. Mh. Ah, ist ja schön. Ah, guck mal, wie wir da wieder haben. Wir sind ja schön. Hola. Ola. Er war auf der Ausrüstung bei Schubans Waffenhändler verfügbar. Im IT-Präzenz, in den ganzen Jahren wird ein Stärker auf die Erde eingesetzt, wo er ins Zuhause kommt. Hey Elvis, alias Kase. Ich gebe in den meisten meiner Kämpfe auf. Die Vorstellung, dass Gordito verletzt wird, macht mich ganz fertig. Diese Sporne, die machen ihn glücklich. Und nur das zählt. Jedenfalls hast du uns einen Gefallen getan und ich vertraue dir. Aber wenn du irgendwem irgendwas erzählst, mache ich dich fertig. Ich habe einen Ruf zu verlieren, okay? Okay, gut. Verstanden. Oh, wir können ja gar nicht anspringen. Hallo, können wir reden miteinander? Nö, auch nicht. Das ist doof. Kann ich mir doch mal rein. Die mal einer an. Hallo. Jagdschüttel. Jagdbroschüren, der Jagdbild von Roption auf deiner Karte aufstecken. Chewo, Mako, der einzigartige Jagdflinte. Fähigkeiten zu sich, Fleisch aus Tierkartabern rauszuholen. Cool. Come on, scan. Hallo. Wo haben wir denn für einen Bogen nochmal? Ich hätte auch so gern ein zahmes Krokodil. Äh, nein. Glaub mir. Nein. Hier soll ich mal kurz das Kuro Primärwaffe. Das war in die AK. Wenn wir jetzt herkommen und Panzerbrechende machen, geht die Geschwindigkeit hoch. Aber schade, runter. Motz. Am besten Gegner. Äh, unter dir. Okay. Ja, aber das ist per se einfach schlechter. Was ich brauche, gar kein Material dran verschwende. Das Gewehr. Ah, das war ein höherer Schalter. 105, ah, Vierer Magazin. Ach, der Scheiße. Äh, ne. Ne. Nix gemein. Nix mehr, Mutter. Ach so. Ich da in der Werkbank. Das heißt, wir brauchen was anderes dafür. Hallo. Irgendwo konnten wir doch was kaufen. Das war nicht bei ihr. Verspringen wir jetzt nochmal los? Jo, ist das nicht mein Mädchen? Okay, also das war klasse, wie du Ramon gefunden hast, Mami. Ich hoffe, der Scheißkerl ruht in Frieden oder sowas. Aber noch bist du nicht fertig. Die gedopten Hähne sind entkommen und zerfetzen alles, was in den Verdera in die Quere kommt. Das ist unnatürlich. Machen mir Angst. Aber sag's, Ken. Ich habe einen Freund, der in der Gegend wohnt. Er hat mich gestern sitzen lassen. Und er verpasst sonst nie ein Domino-Spiel. Ich mache mir Sorgen, weißt du? Wir müssen das in Ordnung bringen, Mami. Und hey. Guck mal, ob du mir eins ihrer kleinen Eier bringen kannst. Vielleicht kommt bei dem ganzen Scheiß doch noch was Gutes raus. Hm, okay. Okay, Mami. Rein an die Eier. Aber mach sie nicht kaputt, hörst du? Genau das Richtige. Das ist eigentlich aus Miguel geworden. Schön, dich zu sehen, Dani. Ja, ja. Hallo. Hallo. Ich konnte dir noch gar nicht dafür danken, dass du mein Leben gerettet hast. Du und Camila hättet mich zum Sterben zurücklassen können, aber das habt ihr nicht. Gracias. Vater Pietro aus Verdera hat sich gemeldet. Er hat die Machete von Papa. Sie ist alles, was von ihm geblieben ist. Ich will sie zurückholen, aber ich bin nicht in der Verfassung. Papa ist meinetwegen tot und ich kann noch nicht einmal das für ihn tun. Der Priester erwartet dich, Dani. Bitte geht zu ihm. Okay. Gracias, Dani. Gracias. kein problem hat dann ausgerissene tage wo sei der martina glüht für mich ich habe ja den rest gesessen zu geben und dann in den blinden fisch den ich gefangen habe sie ist völlig benebelt und ich bin es auch ich habe das gesehen oder vielmehr jemanden la prinzessin prinzessin es war der ansatz einer haarpracht auszumachen angeleuchtet von den qualen qualen mit weil glaube ich ich habe geschrien und mich gewährt da war blut an meinem messer und auf den felsen la prinzessin ist ein geist ist real vielleicht ist sie wie wir ich muss sie finden polito protokoll zur das ist die nächste landung herrsamt betrefft vermisse soldat wahrscheinlich gefallen im lichte der kürzlichen verschwinde verschwindend drei soldaten in siniestra wurde von der fnd kommissionsleitung in der madrugada eine offizielle untersuchung eingeleitet die aussage der anwohner da war bestimmt die scheiß mongos sind alles andere als ausreichend um die nachforschung abschließen die nachforschung die nachforschung mal herrkult Äh, nö. Äh? Bewirrtes Kind, ich bin. Vorne war die Werkbank. Ah ja, okay, gut. Kommen wir durch, zu dir warten. Versteh schon. Kann ich mit dir knacken kaufen? Nö. Da halten wir dich dabei einfach. Ich weiß es noch mal. Äh, Supremo. Äh, Seitenfeld. Du kannst mehr Seitenwerfen bei dir tragen. Töte schnell drei Gegner, um diese Supremo-Ladung zu generieren. Zwischen Supremo-Ladung, wenn du gegen meinen Kopfschuss tötest. Oh, das hört sich doch gut an. Ah, Supremo-Kleber, ein realer Werkstoff. Gut, 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 gut. Äh, Seitenwaffe. Besser. Magazin 8, Magazin 13. Schlechter. Das kann ja nicht wahr sein. Kann keiner in der Werkbank einfach besser sein. Also, ah, seine Strift Gschisser. Prima. Das kann ich nicht mehr. Aber es wählen. Aussehen. Ach, immer noch was anderes dafür. Was sieht aber komisch aus. Das ist Panzerbrechen da drin. Was ist das? Sprengpatron. Optikfeld. Ja, bin ich jetzt so begeistert. Ganz vorne, ich rede Platin. Per se, ist mal der Ausschlag von der Refil zu hoch. Nebene zu bis zumить. Nebene zu bis zum Verringert. Anfertigen. Okay. anfertigen die eigentlich so viel zu mir deutlich verringert okay kann man noch mal machen so was haben wir hier sie verhüllt aufbreite zu zerstören ach das ist ausgerüstet so mäßige gut 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 ja gut dann schon mal nichts mehr so material tauschen mal haben wir jetzt viel geld bekommen oder so industrielle platin aus der glas glas robustes sieh mal einer an hallo was passiert da ja von schlechter waffen angewollt mach mal die habe ich gesucht aber bin ich blöd wo ich stehe direkt in aber meine frisse ok dann hätte ich gern kanade werfen da geht nur 28 ich dachte ich hätte schon alles gesehen na schwester noch mal abgerichtet waren beim flugabwehr bei den brandaussteiger werden bei waffen verfügbar ok gut kann man doch schon reise hin machen heute ist ja schon nicht unbedingt und ich hinreißen auch schnell drücken als war den wie hoch kommen wir diesmal nur 1820 ja hör mal zu kann es sein dass du glücklich bist ich habe meine werkstatt und eine revolution die darauf wartet gewonnen zu werden was könnte ein guerrier um mehr wollen äh ok erzähl ich gern schenk du siehst du in den ring aus der der gegner röstet und drücke und drücke in der luft auf spring um dich nach vorne zu katapultieren stift gas nehmen du giftgas über das schlachtfeld schießt durch das deine gegner vergehen ne brauche ich nicht kämpft pfiffig belebe dich selber wieder und heile dich und nahe verbündete schnell über eine gewisse zeit hinweg gut genug ah das wirst du war schluss einen pimpuls aus verfalle in rage wenn du der gesunde geschwindigkeitssteigerst und mach jeden killst und beliebige gegner ausführen kannst ok hm was ist das impro waffe seid ok drücke dich mit normaler geschwindigkeit was genau ist das gut ich bin jetzt sehr wunderschöne sprengerschöße deine gegner sowohl zu überraschen als auch zu pflichten da ist mich jetzt alles nicht so vom rocker auch mal das mal was man die quest gemacht denn ich bin ja einfach mal verrückt Warte mal, wo war denn das Ding? Rechts von uns. Ja perfekt, da steht er schon. Sehr schön. Achso. Biss ausmache leider. Wo können wir eigentlich fliegen? Ja, das ist wichtig ist die ganze Spiel, wie hochkomm Man aus. Noch geht's. Wir müssen ruh-r-r-r-r, machen. Ah 1000, Du. Okay, dann kann ich den Sturz ab. Wenn man nix trüge, bleibt er aus. Nö, ich schlage mal, ich gebe gleich wieder an, das ist doof. Carlos ist tot und seinem Sohn Alejandro ist ziemlich dreckig. Dani, du darfst diese Familie nicht zerbrechen lassen. Wir brauchen die Monteros nicht nur, um José dran zu kriegen. Wir brauchen sie, um Esperanza einzunehmen und seinen Onkel Anton zu stürzen. Okay. Si, Clara, ich krieg das hin. Der Fliege, der ist auch hin. Ah, Balaceras. Seras. Das ist in der Kirche von Berdera, wo wir Alejandro geredet haben. Wahrscheinlich, wo seid ihr? Ja, schon ist das Chaos. Wow, das ist doch nö. Enz da, das ist schon so gut. Das Gebäude sieht auch interessant aus, ne? Ja, ein Quapo kommt hinterher. Da schwimmt inzwischen. Teil. Ich glaube, es brennt, der ist ja mit der Tür, man. Huch! Hört, die Tatstelle. Geht er aus? Ja, die Drehstattstoff null ist. Besser. Ist da eigentlich noch ein G-Depot? Da ist auch noch was. Da und da auch. Sag mal, warum habe ich jetzt da Examen, wenn ich da schon mal war? Komplett lost? Ah, da ist so, so, Abwehrgeschütz noch. Ja, das muss man halt in die Hand auf jeden Fall hierher. Hallo. Jetzt. Ah, cool. Klassische Noten haben wir hier in Lande mit dem Ding. Was sahen, ja? Achtung, unidentifizierter Pilot. Dies ist eine Flugverbotszone. Landen Sie sofort. Perfekt. Da drüben war was. Sekunde. Achso. Perfekt. Ah. War mir ein Gegner oder so? Scharfschützengewehr. Interessant. Okay. 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 Das Krokodil gehört ins Wasser. Ein Krokodil? Alter. Ah. Äh? Der Typ reicht mir jetzt langsam. Hä, wo ist der? Das Krokodil? Deswegen gab man immer einen Schalli drauf. Meine Güte. Dann machen wir das noch kurz. Doch, das machen wir zum Abschluss jetzt noch. Die paar Minuten sind zu allem. Ich hoffe, da kommt das Bähmliche K10. Das wird was, was gefühlt endloses. Hey, keine Krokodil hier. Wirf die Waffe weg. Geh sofort. Komm. Oh, was? Ich hab dich. Mach da meld. Scheiße. 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 100. Äh. Verdammt. Ist der nicht? Alter. Was ist denn da los? Was ist denn da los? War ich an dem Hund so vorbeikrotzt? Meine Güte, ist eskuliert doch schon wieder hier. Also, mal gucken wir irgendwo, du Arschler. Kann ich jetzt die Quest bitte machen? Danke. Oh Mann. Da kommt der Trimper. Haha, Ubisoft. Meine Fresse, manchmal. Ich weiß, was bei euch abgeht. Das sind obdachlose Hunde. Denen wollen wir jetzt mal nichts tun. So, mach das noch kurz. Ah, gut. Hühner in den Bodenflipser. Nee, die ist schon nicht mehr. Das war aber knapp, alter. Geht's an den Arsch zeigen können? Nein. Ist da nur ne Karte? Ah, ne, ist ja Teil. Das wollen wir kurz. So, sammeln. Mitkommen. Jetzt in den Turm. Gut, 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 gut. Von der Kirche her. Wie leicht zum Bombtisch. So. Hallo. Hallo. Ah, Sekunde. Ja, jetzt können wir reden. Sind Sie Padre Pietro? Si. Alejandro sagte, dass du kommen würdest. Ich erinnere mich noch, wie ich Carlos mit seiner Frau vermählt habe. Hm. Lang ist's her. Es tut mir leid. Die Machete ist weg. Was? Was ist passiert? Verfluchte Soldados. Wahrscheinlich sind sie in ihrer Lieblingskneipe. War ja klar. Ich markiere sie auf deiner Karte. Si. Die Welt weg? Das ganze Chaos tut mir sehr leid. Dein Wille. Die Terroristen sagen, wir stimmen für Liebe und Freiheit, zeugen ihre Aktionen vom Gegenteil. Sie verarbeiten täglich Hass und schaffen Chaos. Viele von euch haben ihre Freunde durch ihre sinnlosen, gewalttätigen Aktionen verloren. Aha, ja. Glaubt ihr, dass Libertad das etwas ausmacht? Nein. Sie erfreuen sich an unserem Schmerz und Leid. Sie wollen euch und jedem anderen wahren Jarana die Zukunft nehmen. Kann man die Scheiße einfach wegmachen? Von geachtet dessen, was die Terroristen sagen, habt ihr eine Wahl. Ihr könnt das Paradies haben. Und ihr könnt das heute haben. Oh mein Gott, so ein Gelaber. Ah, okay. So ein Gelaber. Danke fürs Zuschauen, mit dabei sein. Freitag. Gitarre. Okay, nichts Wichtiges. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Äh, schönen Tag. Mach's gut. Bis dahin und wiedersehen. Oh, das ist noch gut. Oh, hier auch noch. Okay, tschüss. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich wünsche euch eine wingspanie.